Bei Zoo Royale gibt es wirklich alles, was das Katzenherz begehrt. Und was der Kleine ganz besonders gut findet, sind natürlich die Snacks. Die bekommt er, wenn ich ihn mal verwöhnen möchte. Ah ok, hier und da natürlich auch mal zur Bestechung. Aber Viktor ist gut erzogen. Er weiß ganz genau, Snacks gibt es erst nach dem Futter. Ok, das hört sich jetzt natürlich auch wieder so an, als müsste ich ihm zum Fressen überreden. Dem ist natürlich nicht so. Ganz egal in welcher Form, eure Tiger finden hier mit Sicherheit das Richtige. Ragus, Pasteten, feine Grillhäppchen oder Trockennahrung. Wenn es nach Viktor geht, am besten natürlich alles auf einmal. Viktor, Bock auf Knusperkissen? Oder Katzenmilch? Oh Mann, du bist echt nicht wählerisch. Ich sag euch doch, der steht echt auf alles. Ok Leute, ihr seht, Zoo Royale hat eine riesen Auswahl, Top-Qualität, geile Preise und das Ganze natürlich auch für euren Viktor. Kijk noch mal ein paar Minuten wieder auf meinen weirdlynächst ab.